Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ist wieder Challenge Shave angesagt. Diesmal ein bisschen anders, hier sieht es schon, Michael hat so eine coole Brille auf. Die ist dafür gedacht, dass man nichts sieht. Also hier, seht ihr, hat da nichts nicht reagiert. Ja, wird es ganz so ablaufen. Wir haben hier einmal eine AK, die gibt es auch neu bei uns im Shop von LCT. Sehr geil, damit wir bald noch ein bisschen mehr Sortiment bei uns im Shop drinnen haben. Und die wir jetzt dafür verwenden, dass einmal der Schütze nichts sieht und derjenige, für den quasi die Challenge gilt, ist der, der den Schützen anleitet. Also zum Beispiel, Michael schießt jetzt, ich bin der Anleitende, also wäre ich jetzt quasi derjenige, für den die Schütze zählen. Ja, wir werden es jetzt so machen, Michael startet, wird einmal im Kreis gedreht, dass er noch ein bisschen mehr die Orientierung verliert. Dann muss er einmal zu den Tonnen vorgelotst werden, an den Tonnen angekommen, geht es dann ans Schießen und wir sagen dann quasi höher, tiefer, rechts, links, je nachdem, wo er jetzt hingeschossen hat. Derjenige, der gewinnt, also derjenige, der die Anweisungen gibt, der am wenigsten Schüsse braucht, um das Ziel zu treffen, wir haben oben und unten ein Ziel. Ja, Challenge ist erst beendet, wenn man beide Ziele getroffen hat und wie gesagt natürlich mit so wenig Schüssen, wie es geht. Gut, dann würde ich sagen, wir starten direkt rein. So, Martin ist jetzt der Schütze und wir beide machen jetzt Schnick, Schnack, Schnuck, wer der Partner sein wird. Schere und Steine und Papier. Genau. Und ein Versuch. Ja! Schnick, schnack, schnuck. 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 Ihr wisst schon, wie man das spielt, ja? Schnick, Schnack, Schnuck. Ha! Gut. So, Martin, erster Versuch. Los geht's. Komm mal her. Folge meiner Stimme. Voll gemeine Stimme, weiter, 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 immer noch weiter, hier, 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 zu mir, also, ja, genau, Stopp. So, jetzt lasse ich mal schön im Kreis, weiter, 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 Stopp, so, leg mal an. nach links weiter 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 nach links immer noch weiter weiter stopp ein stückchen hoch stopp und schießen nein runter 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 links stopp schießen links stopp ein stück runter stopp schießen stück nach links stopp schießen ganz klein ein Stückchen links nach oben stopp rechts stopp ein Stückchen rechts stopp hoch stopp schießen noch ein Stück nach rechts stopp schießen das war schon mal gut ein kleines Stück nach oben stopp nochmal nochmal stück nach links stopp schießen nochmal stück nach links stopp schießen nochmal stück nach oben stopp schießen schießen nochmal stück nach rechts stopp schießen nochmal stück nach oben ganz klein gut das müssen wir dann im video auswerten ok das war martins versuch ja also dein versuch also eigentlich ist es mein versuch der zählt für mich ja so jetzt ist micha der schütze und wir spielen darum wer ihn anleitet schießen gut schießen gut gut aus 1 kommen wir zu mir folge der stimmung weiter 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 jetzt mal ein stückchen nach rechts stopp weiter so jetzt bin ich mal in kreis nochmal so stopp so jetzt legen wir an stückchen nach stückchen nach rechts weiter viel weiter nach rechts viel viel weiter nach rechts micha weiter nach rechts guck dir auf das fenster drauf weiter nach rechts so stopp genau schieß einmal noch ein stückchen runter schießen stückchen nach unten schießen stückchen nach oben schießen ganz klein nach oben mit sechs schießen das ist schon mal hier auf jeden fall nicht schlecht ja das war gut sehr schön micha so jetzt mal deine stückchen nach rechts schießen folge meine stimme in diese richtung weiter 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 so jetzt mehr zu mir zu mir meine stimme ja genau 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 weiter 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 und stopp also noch ein stückchen drehen kannst du noch ein bisschen noch ein bisschen noch ein bisschen ja perfekt so jetzt gehen wir an anschlag so nach links noch mehr links 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 so stopp das füße runter unter richtung nach rechts und runter etwas schießen führt wer ist Schießen, 1 Stückchen runter, nochmal links oder schießen. Schießen, 1 Stückchen hoch, 1 Stückchen links, nochmal links, nochmal links, schießen. 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 Schremer. Runter. Schießen. Schiffen hoch. Schiffen links. Schießen. Schremer. 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 So, auch hier werden die Treffer dann im Video analysiert, weil ich nicht mitgezählt habe. Okay. Aber das waren auf jeden Fall mehr als 6. Also ich glaube, wir können dann auch direkt zur Siegerehrung schreiten. Ich denke auch. So, das war unsere kleine Blind Challenge. Ja, ich würde sagen, klarer Gewinner. Tim mit 6 Schüssen. Danach komme ich mit, habe ich das vergessen, wie fett ich? 12. Mit 12 Schüssen. Und dann komme Micha mit 27. Ja, war auf jeden Fall witzig. Man hat mir vermutet in die Augen zu schießen. Ist auf jeden Fall nicht so einfach, wie es aussieht. Aber fett es auf jeden Fall. Genauso wie die LZTRK. Auch sehr geil. Und wie gesagt, geht es vor uns jetzt bald im Shop. Bis später. 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 Vielen Dank.